Musik Barfen für Hunde Was genau ist das, dieses Barfen? Es kommt aus dem Englischen und bedeutet bone and raw food, also Knochen und rohes Futter. Etwas freier übersetzt, biologisch artgerechte Rohfütterung. Ich spreche den Namen einfach mal Englisch aus. Swanee Simon hat einige Jahre in den USA gelebt und dort diese Ernährungsform kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt. Und sie praktisch nach Deutschland gebracht. Sie also hier eingeführt. Was hat es mit dieser Ernährungsform auf sich? Nun, Sie können bestimmen, Sie können bestimmen, was im Napf Ihres Hundes landet und was nicht. Vor allen Dingen schon mal nicht ein hoher Prozentsatz an Kohlenhydraten, der in den Hund überhaupt nicht hineingehört. Abonnieren Sie meinen Kanal und Ihnen entgehen keine spannenden Infos rund ums Barfen, um das Thema Trockenfutter, um das Thema Kastration, Pro und Contra. Neueste Studien zeigen recht erschreckende Erkenntnisse zum Thema Impfungen. Gehen Sie jedes Jahr zur Masernimpfung? Sehen Sie. Wussten Sie, dass 78% aller Wurmkorn umsonst verabreicht werden? All solche spannenden Informationen bekommen Sie, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Gehen Sie, dass 79% aller Wurmkorn umsonst verabreicht werden.